Ein Gold, ne? Ein Gold, ne? Ja. Der hat das Eis kalt an der Feuerwehr stehen lassen, ne? So ne Scheiße. Aber das ist halt ultra langweilig. Aber das man auch nicht, glaube ich, wenn ich alleine unterwegs bin, ne? Ich bin mit einem Mod mit oder sowas. Eine Weste mit vier Platten. Und sonst gar nichts. Ich vermute nämlich auch, dass der den Rest hier in das Auto gepackt hat und unser Kollege, dem das Haus gehörte, der war so schnell, dass er mit einem Mod drauf geschossen hat. Das ist kein Tavigard. Glaube ich. Ne, das ist Blackhawk oder Ka. Ne, Blackhawk. Ich weiß nicht, ich konnte es nicht so genau erkennen. Aber ich weiß, wo er hinfliegt. Wohin. In der Base von dem Flash und sowas, glaube ich. Wo? Lass mal hinfahren. Lass mal hinfahren. Ja, ich würde jetzt halt direkt nach oben fahren. Wir haben einen Berg halt. Wow, was ist das? Weiß ich auch nicht, was du da wert machst. Vielleicht hat das alles dazugehört. Also mit A längs nach links, da wo wir hinwollen. Der hat vor allem mal eine Rhe rechts gezogen. Rechts. Er hat nach rechts gezogen. Er hat ja auch. Ja. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, nein. Nein. Ach. Nein. Die Schlauze. Ja. Scheiße, Karlo. Also nicht vom Admin meine Hacks sagen. Weiß ich. Ja. Ja, tatsächlich. Sind die on? Ja. Ja, jetzt Opera wing. Sehr viele Blitz zu sch還len. Ja. Und das istotti so fast ... Es ist der Lösch so, ja. Engineer? Ja, der Lösch Du musst nicht schneller fahren, oder? Das ist jetzt Quatsch. Das ist doch keine Heile. Quatsch. Oh, ist ja die beste Typen, die Oberaufberg, oder was? Ja. Aber die sind nicht online, irgendwie. Also ich weiß nicht mehr, wer da alles noch gebaut hat, aber... Das waren auch so Namen mit so No-Name. Oder waren das die Mayhem-Typen? Nee. Mayhem gehört ja irgendwie zu Xbox oder so. Ah ja, mein Kollege, der hat mir gerade gesagt, der hat ja irgendwo noch eine andere Base. Bei Kamarovo müsste der mal vorbeifahren. Bei wer? So gut gemeint, der Tipp, oder? Ich meinte Komarovo. Ja, Komarovo. Würdest du sagen, es war so eine Eingebung? War eine Eingebung, genau. Nee, mein Kollege, der ist doch gerade mit einem anderen Charakter und... Ja. Also da könnte man mal vorbeifahren, da sind Leute was am Bauen. Ja, dass du noch eine Eingebung hast. Bei dieser Burg, da baut jemand, das habe ich mal gecheckt gestern. Oder vorgestern, ich muss mal hin. Ja, ich meine, das ist nur ein gut gemeinter Rat. Wie ist der? 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 Ja, ciao. Wie ist der? Wie ist der? Die sind leider gerade nicht online eigentlich, die ich da gesehen hatte, mal die da bauen. Ich trinke jetzt noch eine Telekom-Apfelscholle. Ohne Scheiß, der braucht ein Map-Pack für das. Richtig. Ja, ich werde eben erstmal Kamerobo. Ich weiß schon nicht, ob ich mich zusammenreißen kann, wenn ich Atom bin, dass ich nicht den zweiten Bildschirm einfach da neben meinem Bildschirm aufstelle. Ja, Bambi, AKZ, MBN5, 108 Meter. Alles klar. Wo fährst du denn hier hin? Mission update. Bandit Loot, Bandit Treasure wurde gemacht. 173, 184, das ist doch bei uns in Lula. Was ist eigentlich dann, weil ich mich fertig bin? Ja, das ist immer das Servo und der Beinaufglaube. Ich werde mich schon mal mit Deodorant einspringen. Ihr fahrt erst um 8. Was ist jetzt? Um 8? Jetzt aber einmal schon wieder. Ja, weil der Vittel länger vor. Die ist Viertel vor 8. Viertel vor 8, wir haben ja. Ja, Viertel vor 8 muss ich da beim Stefan sein. Woffeln. Go, go, Power Ranger. Ja, das hat er jetzt nicht ganz verstanden. Der Adman ist mit einem anderen Account online und die bauen da halt irgendwas. Er baut da mit, oder was? Ich auch nicht. Ich habe nochmal vorbei. Vielleicht sagt er jetzt, oh, da kommen jetzt nicht welche Leute. Versteckt euch. Nicht, weil sie diese Karten hier haben. Dann fahrt. Zombies! Ich weiß es nicht. Hat ein AKW wahrscheinlich drin. Das ist Endweit. Kuui war noch ganz einfach. Endweit hinten drin sind auch welche. Der vorne läuft! Der vorne läuft! Wollt ihr aufsteigen? Ja. Der fahrt noch ein bisschen näher, der ist ein Freshler. Fahrt noch näher dran, der ist auch gleich hinter der Kante. Ja. Ich wollte gerade sagen, wie versinkt der Boden. Wäre sehr verbunden, wenn ich den diesmal bekomme nach dem E-Kanal über den Kill. Wäre auch sehr verbunden, wenn ich den Kill da mal bekomme. Das werden wir sehen. Ha! Das war nachher der Admin gerade. Links, Zombies. Wieder. Im Camp. Da ist ein SUV, da ist ein SUV. Oh Gott. Raus. Raus. Äh, ich fahr einfach schon. Warte mal gucken, ob ich ihn ablenken kann. Da ist auch ein... Da ist ein... Da ist ein Gunner drin. Nein, da ist ein Gunner drin. Gunner ist raus. Gunner rennt irgendwo hin. Ich hab einem Jilly-Suit einen Herder gegeben. Cool, ich hab zur Folge mit der Aufmerksamkeit. Wie viel hält der bitte aus? Wo ist denn der Gunner? Ist irgendwie hier? Ich fahr' ich um Vio hoch. Ich hab dann... Da ist doch die Banditfrau irgendwo. Die Banditfrau ist immer noch da drin gewesen. Ich sehe. Ne, der ist in der Base noch drin. Der ist in der Base noch drin. Oder? Ne, nein. Der ist in der Base noch drin. Da sind drei Leute drin. Mindestens. Was ist mit diesem Jilly-Suit? Wieso stirbt der nicht? Warte, 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 warte. Ich fahr' mal auch mit ran. Ich hab zwei Herder den gegeben. Er ist eingestiegen. Ich glaub' ich hab ihn repariert oder so. Wow, der MK17. Wo? Der fährt raus. Wo lang denn? Scheiße, ich kann nicht nachladen. Shit. Der kommt gleich wieder auf uns zu. Der fährt Richtung Südweg. Fuck. Aber er ist... Er fährt nicht weiter, oder? Der Gunner SUV fährt Richtung... Der Tischgarn, ne? Oh, sonst. Seh'n nicht mehr. Der SUV fährt eben nicht in Richtung Wald, weil ich seh'n nicht mehr. Er ist noch da irgendwo. Er ist bei der Scheune. Leute, sag mal, wurde ich grad gekillt? Ja. Ja, du wurdest grad gekillt. Ich bin tot. Von wem denn? Exos. Oh, Scheiße. Ne, Quatsch. 18 Meter. Alter. Der ist beim Gunner irgendwo. Wo kommt der auf einmal her? Der muss beim Gunner irgendwo sein. Der war aber ein Disco. Von wem wurde ich gekillt? Ich bin mir direkt gerupt. Von... Jetzt war ich das... Bambi X irgendwas. Ah ja, okay. Mit einer MP5. Aus 100 Meter. Ja, ich hatte... Ja, ich hatte einen Disconnect. Okay, danke. Scheiße, ich bin jetzt hier entblöd. Ich sehe halt auch da... Ich sehe da eine Leiche, aber ich sehe da hinten niemanden. Aber der muss da direkt gewesen sein. Da ist hier im Tollhaus drin. Ja. Also ich... Ja. Ich renne jetzt wieder zu den Bäumen, wo wir am Anfang ausgeschossen haben. Du weißt ja, ich bin in diesen hölzeren Haus hier drin. Coi? Ja, ja. Ja, ist hier. Ja, ist hier. Bist du mit dem Auto rum? Ja, okay. Das ist eine Scheune. Ja, bloß... Ich kann ihn jetzt auch nicht allein lassen wegen dem Gunner SUV. Ist jetzt grad blöd. Die Gunner ist da eigentlich bei der Scheune hinten. Die sind ganz weit hinten. Ja, nicht, dass die uns jetzt zum Laufen... Martin, ich laufe in die Scheune, ne? Ja. Der Typ, der muss hier im Tollhaus drin sein, ne? Das würde ich mal grad hin. Ja, würde ich auch wissen. Ja. 15 Meter. Ich bin jetzt wieder Level 2 erwendet. Wenn irgendwas passiert hier im schwarzen Bildschirm. Hallo, hört ihr mich noch? Ja. Okay, mein Spiel hängt sich glaub ich grade auf. Hab ich irgendwie Closing Connection oder so? Ja. Tja. Das ist natürlich jetzt wieder ganz super. Der ist im Zollhäuschen drin auf jeden Fall. Ich hab ihn grad laufen sehen. Ja, aber passt auf, da ist nämlich noch irgendwo dieses beschissene Gunner SUV. Ach, das wär schön. Der, der kommt wieder, der kommt wieder. Was? Der Gunner? Der Gunner SUV, der fährt da hinten am Do... Oh Gott. Bin ich weg, Martin? In diesem Feld? Aber er fährt irgendwie ganz komisch weg. Es kann sein, dass er aus einem Fall kommt. Verdammt, toll. Ah, er hat Zombie-Akku, oder? Das ist doch mal was. Haben wir zwei Punkte hier? Ja, jetzt wird's zu lange dauern bei mir. F*** nicht. Oh, genau jetzt! Ich hab auch jetzt gar nicht gecheckt, wer das... Er hat rausgeschossen, er ist doch definitiv... Mein größeres Problem ist, ich will da jetzt auch nicht reinrushen. Nee, lassen. Okay, okay. Wurma... Horner Kugel, Alter. Oder, Martin? Schaffst du das kurz alleine zu überlegen? Ja, hoffe. Also ich weiß nicht, wo der Gunner SUV-Enfermer ist. Er ist tot. Ich hab keinen Kill, niemanden bekommen. Jilly ist Jod schon wieder. Ja. Aber auch keinen Kill bekommen. Da kommen so viele Zombies auf dich zu. Es war 100. Wie geil, der... Au, der schießt wieder aus dem... Ja, vielleicht kommt nichts aus. Ich versuch jetzt mal, ob ich an die... eine Leiche vielleicht drankomme. Sechs gleich da, ne? Ja. Einer ist doch im Lager, mindestens. Ja, also ich kann jetzt die... Willst du aufsteigen, oder willst du mitfahren? Ich hab mich jetzt mal eingepackt. Fahrend, fahrend, fahrend. Fahrend, fahrend. Nee, ich mein nur wegen Gunder. Ich kann auch wegziehen. Ja, nein. Muss ja Gunder machen. Dass wir bis jetzt kein Kill bekommen. Du bist ein einziger von den ganzen Kills jetzt, Luca. Ich hab kein... Ja, wo du Level 2 wurdest. Nee, nee, das war noch ganz vom Anfang. Okay, da sind zwei Leute hier auf jeden Fall noch. EBS. Und schießt da dran rum. Und irgendwas anderes noch. Da schießt eine PPS, sag ich. Und noch irgendwas anderes. Eine Starnack. Lass mich da... Lass mich da... Lass mich da einfach unten, lass mich da einfach kurz rausflicken. Schauen wir mal schön, Waro, ne? Ja, warte, warte. Also zwei Leute sind hier noch Leute. Ja, das ist ja. Hat sich der Garnesüber wieder gezeigt? Ich muss mich kurz wieder verbinden. Hier ist schon das... Nee, der Garnes... Bist du eh auch schon, Waro? Ein kleines Stück. Wieso bekommt man denn keine Kills heute Tage mehr? Das ist lächerlich. Okay. Einmal bin ich Bandit, jetzt bekomm ich nichts. Hier kommt er. Hier kommt er. Hier kommt er. Hier kommt er. Ja, da... Sie sind in den Armen zur Waffen, ne? Ja, die haben Waffen, gell? Ich kann jetzt auch waren. Was ist denn die denn? Keine Ahnung. Ich höre immer nur aus dem Lager Schüssel. Ich glaube aber, dass sie in dem... In dem Häuschen da drin sind, denke ich. Ja. Wäre... Das ist logisch, der irgendwie. Sonst kannst du dich eigentlich nirgends mehr verstecken. Da kommt ein Bandit Level 2, bist du das? Ja, ich bin am Auer. Gut. Hört Daumen mal nicht. Wo? Erst bin ich. Pass mal auf, ich bin da nämlich am... Am Tank. Achso, ne? Wo schießen die? Wo ist das hier? Von innen, von innen. Ja, die sitzen drinnen. Warte mal. Der ist grad irgendwo eingestiegen. Wow. Ich komm jetzt auch grad von hinten, ne? Haben wir ne Granate oder sowas? Ja. Hab einen. Einer ist tot. Sehr gut. Einer liegt noch am Boden. Am Eingang. Ich hab's mal dieses Audio ausgemacht. Hab auch einen. Wir haben sie alle. Wir haben sie alle. Okay, nice. Ich lieg hier bei so ner Leiche beim Panzerwerk. Weiß ich, wo du fahren schon bist. Okay. Aber ich brauch aber unbedingt irgendwelche Tools. Eigentlich gar keine. Gar keine Tools. So, ich geh jetzt da rein. Check, was die so haben. Alles Survivor. Äh, Crashies und so. Die ist nur 14 oder so. Boah, die sind direkt so bis ey. Ja, warte nicht. Komm rein. Wer hätte grad mit ner SD geschossen? Ich. Gar nichts dabei, alter. Nur Schrott. Also hier die Typen zu ner Mester. Die drinnen. Den Rest kann ich blocken. Die drinnen. Ist der Bandit Level 1 da? Ich. 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 Also hier drinnen. Gibt's noch ein paar Sachen zu holen. Ja, ich steh mit dem Auto direkt da. Du musst noch in den einen Zombie wegkommen. Okay. Moin Moin. Alle nur so kleine Rucksäcke. Ja, mach mal bitte aus. Ich brauch definitiv dringend die Bloodbag. Du willst mich mit dem Zombie schnell weg. Also ich hab hier auf jeden Fall schon mal ne DMR noch drinnen. Ich bin jetzt hier auf dem Fahrrad. Ich muss mich jetzt einfach ausflogen. Vorsicht. Ich fahr das Fahrrad noch ein paar Meter hinweg und dann. Du das? Ja, ich weiß. Ich bin jetzt dringend. Musst vielleicht näher herankommen ein bisschen. Jetzt haben wir es totes. Weil die hier zur Base bringt, würde ich euch dann später. Könnten wir ja sagen, was ich hier noch mache. Die können wir uns schnell aufdrücken. Ja. Ich hab hier noch ne DMR in der Zipper erreicht gefunden. Ja, ich hab hier ne APS-D, die nehm ich jetzt. Aber die hat keine Munition. Toll. Dann behalte ich die andere APS-D. Oh, ich brauch... Bitte kann mir... Kann mir jemanden... Da ist ein Blackhawk. Gott. Der landet da unten. Da hinten. Ja, da ist... Die haben den Super-Evil-Face. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil sonst... Ja. Oder? Habt ihr die MK-16 gelootet? Ja, die MK-16. Ich hab die DMR. Die ist schon anders. Die MK-17, oder? Nee, MK-16 hat der eine gehabt. EGL. Holo. Haben wir die Leichen aufm Feld gelootet? Äh... Ich hab da nur eine. Naja, aber irgendwer hatte doch ne RCO noch. Ich hab nicht. Ich hab jetzt bisher nur ne EGL-M irgendwas gesehen. Ja, ne RCO. Ich hab ne PKM glaub ich. Ja, die PKM liegt im GD-Suit. Also dann... Bis später oder morgen. Wo kommt der Heli? Ciao. User disconnected from your channel. In nördliche Richtung. Da ist... Da ist... Da ist bestimmte Base. Wenn der Heli kommt, dann haben wir hier ne Dishka stehen. Da ist bestimmte Base. Dann wollen wir die Dishka mitnehmen. Nein. Also ich nicht. Wegen mir nicht. Na guck mal rein, was da ein Loot ist. Schrott. Oh Schrott. Da hinten ist Zomi halt wo. Oh, Heli fliegt. Weg hier. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte. Haben wir die Leiche hier rechts vorne gecheckt? Ja, no crap. Der andere war ein ziemlicher Freshie. Okay, weg hier. Irgendwohin weg. Ich muss auf jeden Fall ein Blatt wegnehmen. Ich bin unter der Helft und ich muss was essen. Missionsupdate. Oh, da rennt jemand grad ein. Dommel, haben wir dich schon dabei? Weil da rennt Bandit 2 hinter uns an. Ja. Da rennt Bandit 2, renn weiter, der hat ne Waffe. Fahr weiter, der hat ne Waffe. Im Militärcamp. So, jetzt muss ich mal durchlesen, was die so geschrieben haben. Der Pulvis et Umbra, den hab ich getötet. Und zwar der mit dem Scrap-Buggen. Glaube ich. Hört geschrieben, in Landstraßen sind heutzutage nimmer sicher. Er ist voll in die Polizeikontrolle gerast. Ja. Aber wie sind's gleich Hacker alle nennen? Bin mir jetzt nicht sicher, aber wir fahren genau den Weg, den in der Backhop geflohen ist. Ja, fahr erstmal bitte irgendwo in den Wald. Ich muss unbedingt was essen. Und, äh... Boah... Ich hab nichts geloot. So, habt ihr alle die Waffen reingetan? Ich hab... Es sind nur zwei Waffen drin, das kann nicht sein. Es sind nur zwei Waffen drin. Ich hab nix gelootet. Ich war im Auto. Ich hab keine Waffen gefunden. Das kann doch nicht sein. Boah, der Arsch hat mir alle Platten runtergeschossen, ey. Sei froh, dass du Platten hattest. Ich hatte keine. So. Ich brauch Platte. Da haben wir nicht viel genützt, oder? Ladd weg. Ladd weg. Äh... Brauchst Servo 1. Kann man es krieg sein? Haben wir zwei Stück? Ja, ja. Ich geb... Ich geb... Ich geb... Ich geb... Ich geb wieder Level 2. Aber nur, wenn ich einmal sterbe noch, dann bin ich noch genau 5 Punkte Level 2. Ja, war ziemlich enttäuschend hier, die Ausbeute. Ja, wo ist der... Wo ist der scheiß MGSW hin?